Freunde, was geht? Lange nicht mehr auf diesem Kanal gesehen. Ich und Alex sind hier gerade auf dem Weg nach New York City. Mega, mega nice, freuen uns richtig dolle. Und wir haben uns entschieden, auf spontaner Basis, dass wir ab jetzt daily eine Woche lang vloggen werden und euch zeigen, was wir so in New York machen. Also wir werden essen gehen, shoppen, ein bisschen Leute treffen, dies, das. Also wir werden euch ein bisschen mitnehmen, zeigen, wo wir hingehen und so. Wird auf jeden Fall mega nice. Und es ist jetzt 6 Uhr morgens in der Früh. Oder ich bin mittlerweile 8 Uhr. Also auf jeden Fall noch viel zu früh. Und machen wir uns gleich auf den Weg. Wir fliegen von Hamburg nach Frankfurt und dann von Frankfurt aus irgendwie 10 Stunden oder so. 6, 7. 6, 7? Glaube ich. Ich habe selber keine Ahnung. Ich habe einfach buchen lassen von dir. Und ich würde sagen, wir sehen uns in New York wieder. Bis dann. Ciao. Hallo. 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 That's the second half of your ride for you, Sam. Thank you. Let's go. Let's go, Leute. Good luck to you. Welcome aboard. Peace. New York, baby. Let's go, Leute. Wir sind angekommen. Das hier ist unser Hotel. Wir sind direkt hier oben und haben die übelst geilste View. Wir zeigen euch die später einfach. Ich glaube, man hört gefühlt nix. Was? Man hört gefühlt nix. Doch, die hören das. Hört ihr das? Wir haben auf jeden Fall die übelst geile View. Also wir gucken direkt da aufs Empire State Building und sowas rauf. Yes, wir gehen jetzt erstmal los. Checken ein paar Sachen aus. Okay, Leute. Ihr wisst Bescheid. Auch unser größter Tourist-Spot ist aber... Wir sind im Times Square. Leo meinte, wir sollen uns irgendwelche Donuts hier gönnen. Irgendwelche Donuts mit Zuckerglasur. Und das werden wir jetzt machen. Erstmal. Erstmal den Tour. Auf Empfehlung von dem guten alten LBG. Yes, Sir. Er meinte, ein Muss. Er meinte ja sogar die Besten. Ich glaube, er meinte sieben Minuten Geschmacksporno. Brauchst du schon? Weißt du was tun? Weißt du was tun? Weißt du was tun? Wir haben dich erst einmal gesehen. Freunde, er ist da. Die Legende. LBG himself. Freunde, wir gönnen uns jetzt erstmal was zu essen. Also was richtiges. Und dann gibt es ein bisschen Mokul Talk und so. Yes, yes. Und ich würde sagen, wir chillen jetzt erstmal und gucken was dann heute Abend dazu geht. Aber ich denke mal... Auf die Piste? Ja. Es gab keine Ahnung Sachen hier. Egal, Soho House wird so eine nächste Anschaffung und direkt am nächsten Release. Soho Karte? Ja, Soho House. Karte als Mitgliedschaft. Freunde, wir hatten gerade unser Dinner mit Leon. Und dann haben wir noch ein bisschen mit ihm rumgequatscht. Sind nochmal spazieren gegangen. Haben über Gott und die Welt geredet. Also alles mögliche. Und sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Zum Hotel zeigen euch gleich nochmal das Zimmer. Aber es ist derbe kalt hier. Und es ist schon... In Deutschland ist es schon vier oder so. Yes, vier Uhr. Vier Uhr. Und wir steppen hier noch rum. Aber sind eigentlich nicht müde, weil es unser normaler Schlafrhythmus ist. Und ja... Bis gleich. Das Zimmer ist nice. Auch mega nice View. Zeigen wir euch gleich. So Leute, wir sind in unser Crib. So sieht ihr aus hier. Man kann uns by the way beim Duschen zugucken. Und wenn man die Gardinen nicht zu machen. Also das ist das Zimmer hier, ne? Ganz entspanntes Bett hier. Und die Aussicht zeige ich euch gleich. Aber sonst ist hier nicht viel, ne? Hier wird es bescheiden. Badezimmer. Eingangsbereich. Klo. Schrank. Bett. Aber jetzt zieht euch... Warte, mich noch nicht raus. Kann man hier Licht ausmachen? Ja. Zieht euch... Sekunde. Alter, zieht euch diese View rein. Holy shit, Digga. Das ist so krank, ne? Das ist so abartig krank. Schön hier auf... Uptown Manhattan. Hier ist Empire State Building hier. Sieht so geil aus, wie es auch beleuchtet ist. Das rote und das blaue. Ja, das rote. Ja Leute, das ist unser Zimmer. Das ist die View. Ich würd sagen, das war's jetzt mit dem Video. Wir sehen uns morgen wieder mit einem krassen Vlog. Mit Leon. Adios. Bis morgen. Bis morgen. Ciao, ciao.